Man muss Träume haben im Leben. Nicht jeder Traum wird in Erfüllung gehen. Aber das Leben wäre nicht so schön, wenn man sich keine Ziele setzen würde. Selbst wenn die Ziele nicht erreicht werden. Aber man braucht immer im Leben irgendetwas, wo man drauf hinarbeiten möchte. Selbst wenn man vielleicht nur die Hälfte oder ein Dreiviertel davon erreicht. Aber wenn man zu allem sagt, nein, 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 dann macht das Leben doch keinen Spaß. Oder?